was gering ging schneller weg geht nämlich viel schneller also komische beschreibung das lang ja weil sie sich gerne holen konnte weil ich immer kurz davor bin dann landen die immer drauf und du bist egal heute landen die da nicht drauf lächerlich so langsam noch habe ich glück gehabt noch bin ich nicht sozial eine ausnahme ist ja kein computer da bin ich mal ein sozial oder nicht dazu bitte kommen wir müssen jetzt vier ich bin nicht gewöhnt was soll ich dir was sagen das haben wir bis jetzt noch nicht gehört was soll das denn eben auf dem spiel ich hätte es doch gar nicht was er bei pilz bekommen da gibt es doch keine liste oder so ja das das ist auch so die die ersten beiden würden immer so sich anpasst weißt du der erste dreht sich langsam wie bei diesem einen ding da wenn ich schon bock drauf nach der spieler voll da wo ich hier und da springen beim letzten mal oder was du das keine ahnung doch mal genau da ja auf welcher weißt du du wolltest doch die münzen haben ich wollte ja auch die münze haben bitte nicht vor allem dann komme ich dahin oder habe ich nicht genug münzen wenn die hättest du gehabt glaube ich ne die hätte ich gehabt wenn ich das andere teil bekomme ich glaube das ist echt so ein cheat aber ich glaube ich bin nicht lustig brauchst du ja nur eine kleine zahlwürfel wie oft soll ich jetzt eine kleine zahlwürfel hätte er klappen können hätte hallo vom beach erstmal klauen ich glaube nicht drücken weißt du mein ping ist wieder hoch ich bin der klickkönig weißt du doch ja 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 ich hält die controle mal anders der kontrolle aufrecht habt ihr noch jemanden das gehalten spät sie spielt also rübergehen ja läuft diese insel gammeln naja wo sich ein bisschen fett geworden 30 minzen soll übertrieben pedalenbauer ja mit der glühbirne halt die auch noch nicht so im game zumindest nicht alter jetzt ist bei dem controller der herzlich so an wenn ich darum gehe hört man das will das schwierig verarschen ich dachte so normal machst du ganz schön easy was die sich weg nein mann war das schlechte wieder hunderter wenn wir sehen oh mein speckchen Ach, kennen wir schon wieder oder was? Hatten wir doch schon. Leck. Toll, danke. Was denn? Spiel. Okay, das ist eben was man alles... So. Wo auf den Kleinen willst du, dass man so gequetscht hat, ne? Mhm. Vario Peach. Ja genau, da guckt sie uns ein Auge so. Nee. Finish! Ja, was haben wir mit den 100% eigentlich gerade da? Genau, das ist irgendwie einfach. Ja, aber bei dem anderen Spiel, in einem anderen Level nicht so, dass wir den 100% dabei hatten. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir das auch echt perfekt, das sind. Ja, die Geomasse ist ja einfach, finde ich. Ja. Ja, stimmt schon, das waren echt einfache Geomasse. Ich will die Statistik am Ende sehen, wie oft wer da drauf war bei Causa. Danke Peach, ich werde dich hassen. Warte doch mal. Ah, gut. Ich dachte jetzt hier dieses... Ah, jetzt eigentlich nicht. Da verliert sie nur. Aber ich will echt unbedingt wissen. Ja, dann nachher drücke ich mich da drauf. Ach, Centus! Wir sind doch super Nachbarn! Ich will nicht danach drücken, ne? Na, ich brauch doch noch Start drücken. Ja, aber du verdrückst die Drücke eh wieder. Nein, ich warte dann. Ich hasse dich. Nein, ich warte dann. Das tut sowas. Mhm. Toll. Aber da kannst du ja... War du jetzt? Warte. Ich wollte ja eigentlich mit den Münzen was anderes machen. Warte. 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 Was denn? Ein Stern-Clown? Aber hast du ja nicht genug gehabt. Nee. Hast du gedrückt oder nix gemacht? Nix gemacht. Gut. Ich drücke automatisch immer gleich mit. Aber wie jeder trotzdem da lang geht, ne? Aber wo? Ne, doch nix. Warte mal hier. Der Computer weiß schon jetzt schon selber, dass er irgendwo drauf kommen wird. Ja. Oh, sie ist oben. Wir sind unten und müssten. Ja, aber hier kann jeder gewinnen. Deswegen ist das Grün. Soja. Das ist ein Spiel, wo niemand verliert am mindesten. Ja, ja. Ja, ja. Das ist immer aber besser, wenn man oben ist. Ja, gut, das ist super mehr. Aber wir haben ja unser Blondchen oben. Da! Sommchen. Ey, ich schwimme mir nicht den Weg von. Bleib von dir fern. Teil. Böse auch nicht hin, ne? Ich hätte viel eingesammelt, die Sau, ne? So, er hat echt vier eingesammelt. Drei Stück. Ich dachte, hättest mehr. Ich dachte auch, ich hätt mehr. Aber wir haben die andere Seite ja nicht gesehen, weil wir auch noch auf der Seite irgendet.